Musik 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 Gehen wir zur Nubes? Jetzt kommt der grosse Moment. Zottel betrete zum ersten Mal den Stall. Hoi, Zottel! Also man würde ja glauben, der Stall sei leer. Aber wer wäre, wer ist da am Schlafen? Zottel, schau mal! Wer ist da? Schau mal, da liegt etwas. Hoi, Nubes! Guten Tag! Schau mal, hast du Besuch? Der Zottel ist da! Und jetzt begegnet sie sich das allererste Mal. Zottel und Nubes. Musik Musik Toni Wunder, jetzt hat Zottel Nubes besucht. Ist Nubes eigentlich verrückt? Weil es war einmal die Idee, dass sie zum Wahlkampf Mascottchen 2011 wird. Ja, Nubes hat das natürlich nicht ganz begriffen, dass sie nicht auserkoren worden ist. Aber Zottel hat uns einfach so viel Glück gebracht im Jahr 2007. Und schaut mal, sie mag nicht einmal, nicht einmal für die Kamera. Ich begreife es, oder? Ich glaube, wir müssen es auch akzeptieren. Sie mag jetzt auch hier nicht. Muss man sagen, Gaisburg kennt die bessere SVP-Kämpferqualität als euch. Ja, Nubes hat ein Herzgrindchen. Sie passt zur SVP. Sie ist ein Kämpferherz, aber sie ist ein wenig gut ernährt. Da gebe ich auch zu. Es ist noch mehr möglich. Danke, Zottel.